Ist, ist die Kamera aus? Äh, ja? Ja? Gut. Dann flieg ich mal weg. Lalalala. So, so. Ich hab dich jetzt. Und jetzt wirst du entführen, Peach. Hm. Also echt. Wird das langsam nicht zatt oder so? Äh, äh, nee. Entfühl doch jemand anderes. Äh, wem denn? Zum Beispiel Daisy. Ja, die ist auch ganz krass. Äh, Daisy? Ja, Daisy. Die ist extrem cool. Nee, nee, nee. Die ist nicht cool. Ich entführe lieber dich, weißt du? Nein, diesmal nicht. Diesmal, diesmal, wenn du mich entführst, dann kriegst du von mir eine Klatsche. Eine richtige Klatsche. Jetzt komm her, Bosa. Jetzt mach dich platt. Äh, Moment mal. Hey, stopp mal, Moment. Eine Bananetorte? Oh ja, die wäre richtig gut. Aber eine Kirschtorte? Die wäre auch nicht schlecht. Oder vielleicht doch ein... Ein Apfelstrudel? Oder was wäre... Was, wenn man ganz viele Torten... Bananentorte? Oder eine Kirschtorte? Eine Beerentorte? Eine Himbeerentorte? Zusammen mischt? Ist es dann... Eine Bananen-Himbeer-Kirschtorte? Oder... Oder was ist denn das dann? Ist es überhaupt noch eine... Torte? Das nennt man dann Obsttorte. Oh, oh. Oh, okay. Link. Link. Wenn ich dich treffe, dann... Werde ich dich besiegen. Oh ja. Sag mal, was laberst du da? Oh, ich dachte, ich bin alleine. Ähm, das hast du nicht gehört. Vergiss es. Vergiss es. Aber schnell. Ich, YouTube, werde es euch zeigen, wie man Poki-Bälle wirft. Ha, 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 ha. yang in Saar-Himbeer-Kirschtorte. Absolut.